Ich bin Susanne Blum, ich bin die Pächterin vom Stadthotel Haslach im schönen Schwarzwald. Wir haben am 1. März 2020 aufgemacht und wir freuen uns mit einem innovativen Hotel hier durchstarten zu können. Mein Name ist Patrick Leiner, ich arbeite beim Büro in Splanimotec. Mit so ein bisschen Elektrik haben wir hier eine hochmoderne Hybridanlage. Unsere Wärmequelle bzw. Kältequelle ist das Grundwasser. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir einen besseren Wärmeübergangswert haben wie beim Kältemittel. Somit ist die Anlage effektiver und auch hinsichtlich der F-Gase-Verordnung sehr umweltfreundlich, da wir die Kältemittelmenge hier doch um einiges reduziert haben gegenüber ursprünglichen Splittanlagen. Wenn wir klimatisieren wollten und das auch individuell, dass jedes Zimmer einzeln regelbar ist, war eigentlich diese Lösung mittels den Außengeräten mit Brunnenwasser alternativlos. Weil wir sind hier mitten in der Stadt, wir haben eine Altstadt-Satzung. Ich darf keine Geräusche auf dem Dach haben, auch im Sichtfeld darf auf den Dächern nichts sein. Mein Name ist Bonert Christian, ich bin Inhaber der Bonert Kältetechnik GmbH. Die Anforderungen waren sehr hoch, dass wir hier sehr leise Anlagen verbauen. Da haben wir einmal den Primärkreislauf, den Pumpenkreislauf und einmal den Sekundärkreislauf. Somit trennen wir das System zwischen Brunnenwasser und reinem Solesystem sekundärseitig. Mit der Klimaanlage können wir gleichzeitig heizen und kühlen. Wir haben hier einmal drei Außeneinheiten bzw. Klimageräte, die mit Kaltwasser versorgt werden und in den einzelnen Etagen haben wir dann die WC-Controller. Die Anlage lässt sich bedienen über die AE 200. Da haben wir dann die Möglichkeit Zugriff auf die Anlage, was Störungen oder Fernwartung angeht. Der Betreiber des Hotels hat natürlich auch die Möglichkeit, die Temperaturen oder die gewünschte Temperaturen für den Kunden vorab einzustellen. In den einzelnen Zimmern befinden sich noch die Fernbedienungen, die Touch-Fernbedienungen. Der Kunde hat auch die Möglichkeit, sich über die Bluetooth-Schnittstelle die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Feedback unserer Gäste ist natürlich super toll. Durch die Klimatisierung hat man einen Wohlfühleffekt hier im Hotel. Das heißt, es ist nie zu warm, es ist nie zu kalt. Der Gast fühlt sich einfach wohl.